Wir sind im Schlaf, im Lauffeld, und jetzt sind wir noch rot, und das bedeutet, dass der Schlaf nicht verfolgt ist. Jetzt mein Glück, der Schlaf nicht verfolgt ist, aber schnell. Die Schlaf nicht verfolgt ist, dass der Schlaf nicht verfolgt ist. Die Schlaf nicht verfolgt ist, dass der Schlaf nicht verfolgt ist. Die Schlaf nicht verfolgt ist, dass der Schlaf nicht verfolgt ist. Die Schlaf nicht verfolgt ist, dass der Schlaf nicht verfolgt ist. Komm, David, hop, hop! Scheiße. Die sind ganz ruhig beieinander, die laufen jetzt diese lange Treppe hinauf auf die Europa-Brücke. Die sind ganz ruhig beieinander, die sind ganz ruhig beieinander. Die sind ganz ruhig beieinander, die sind ganz ruhig beieinander, die sind ganz ruhig beieinander. Die sind ganz ruhig beieinander, die sind ganz ruhig beieinander, die sind ganz ruhig beieinander. In der Eilpassage wird gleich in Angriff gelungen, dann fahren wir hier vor der Nase her. Hier haben wir noch die Plakier-Zugzeiten und das hier ist hier festzustellen, da zieht man nicht so ein bisschen am Gitter ab mit der 47, tatsächlich ist immer noch Heinrich Füchst, der hier führt vor der Stadion hier. Hier kommt noch die Plakier-Zugzeiten und der schweiler Kampfer. Das war's für heute. Auf, auf, auf! Auf, auf, auf! Auf, auf! B nelle, f行ってきますね! Das ist ein Wartezeit. Das war's. Das ist der erste Bundesliga. Das gab es am 16. Oktober in Paktis als Tidfo, das wurde auch am 17. nach Wittegorf, wo zum Beispiel München, auf dem Münchner-Geräte gab es das erste Witz. Das war's für heute. Wir haben hier am nächsten, ich glaube, dass ich es verzeihe. Also das läuft, man könnte schon fast sagen, und das ist natürlich auch das Worteil, dass man hier auch noch mal ein bisschen ganz textlos, und da haben wir verschiedene Begleiter, mit teuer Mechanik, wenn die Räder hier nicht zu schmutzig werden, ansonsten müsste man das mit dem Kärcher, mit dem Hochdruckreiniger schnell sauber machen. Das macht sich heute über diesen eigentlich hervorragenden Tag. Da kann man das noch dahin, schon mehr noch nicht sein, dass das in 2.0 Uhr geregelt wird, und fahrt 10 Uhr die Fahrzeit, das kann natürlich nicht. Morgen hat mir das ganze Zeit, mit dem Kärcher fahren, da sind vielleicht schon so 4, 5.000 Endfarriere, oder 4, 5.000 Runde, die gedreht worden sind, wenn sonst vielleicht der Weg dazu kommen sollte, 3, 4 Grad Wärme, also welchen fahren würde. mit dem Kärcher Eisnertag, der Abstand wird nicht das Pferdung als 08.000 Runde flaschen, dann müssen wir in 08.000 Runde rechnen, auch noch wieder auf dem Runde flaschen. Mit dem Kärcher ist das ganz gut genug zu kommen, damit sieht man möglich zu gucken, es gibt ja auch noch die Runde zu kommen, aber es gibt ja auch noch die Runde ein bisschen, die Runde anziehen, und es ist da ruhig wie wenn man hier das woanders auch nicht verringen kann. Das ist eine gute Idee. Wir kommen mit seinem Hilfburger Sekundärklauze. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR